Jetzt hier, jetzt einmal bitte ganz gerade, immer noch eine Pose, einmal hier, einmal noch eine Pose, ja genau, sehr schön, ja. Lukas, jetzt einen kleinen Schritt drüber bitte. Noch mal eine Sitzung, das war Kumpel. Lukas, mach doch einmal die Arme so hoch, beide. Ja genau, und der Blick dabei zu mir, genau. Und eins weiter, noch zu mir, nochmal die, 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 die. Ja, nochmal ganz in die Wand, ohne, ja, ganz in die Wand. Ja, ganz in die Wand, danke schön.